Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem Video von mir. Ich bin die Dorothea und ich bin büchersüchtig und heute tun wir mal wieder eine Buchbox aufmachen. Und zwar von der Bücherbüchse. Ich finde schon auch den Spruch hier so cool. Ich tue das mal ein bisschen näher an zu euch. Ich finde es cool. Ich lese, also bin ich. Ja, ich wollte schon länger mal wieder bei der Bücherbüchse bestellen. Ich habe es gerade nicht so gemacht, aber es wurde mal Zeit. Und jetzt? Schauen wir mal, was drin ist. Ja, also. Schauen wir mal. Ich habe meine Schere vergessen. Ja. So. Okay. Schauen wir doch mal, was die Box so ist. Uh. So. Da gibt es natürlich wieder eine schöne Spoilerkarte. Die legen wir gleich mal weg. Dann entfernen wir... Uh. Nein. Wir wollten eigentlich nur... Das Zweuchen entfernen. Genau. Genau. Dann... Uh. Gleich oben auf... Ist ein... Kamm. Ein Kamm. Ein Kamm. Mit... Wie das... Motten. Ich tue den mal kurz... Ich schmeiße es auf den Boden. Ich räume danach auf. So. Und zwar sieht es so aus. Schaut euch das mal an. Und dann hier. Ja. Ja. Das sieht hübsch aus. So. So. Dann haben wir eine To-Do-Liste. Uh. Uh. K. Uh. Die wird definitiv in Gebrauch sein. Uh. Ja. Und dann. Oh. Was haben wir denn hier? Uh. 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 Das sieht sehr, sehr, sehr interessant aus. Oh. Ich... Das machen wir nicht auf. Dann ein Lesezeichen. Uh. Ich würde sagen, das ist das Autogramm von der Autorin zum Reinkleben. Da haben wir eine Leseprobe. Uh. Noch eine Leseprobe. Und hier ist das Buch. Uh. Uh. Oh. Da haben wir erst das Buch. Oh. Und hier sieht es noch nicht. Aber Achtung. So. Machen wir das mal. So. Und hier. Schaut euch diesen Buchschnitt an. Oh. Wie geil ist das denn? Oh. 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 So. Und. Dann haben wir hier noch ein paar. Ein Lesezeichen. Oh. Oh. Das ist schön. Oh. 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 Das wunderschöne Exemplar. Ich muss mal schauen, wie ich das, 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 ja, das wunderschöne Exemplar, hier, ist das nicht toll? Und zwar geht es darum, ich lese euch mal den Klappentext vor, also es heißt Grey von Tracy Wool, liebe mich, wenn du dich traust. Und zwar, Grace verschlägt es nach dem Tod ihrer Eltern ausgerechnet in die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel eine mysteriöse Internat leidet, die Catmere Academy. Und die Schüler sind nicht weniger rätselhaft, allen voran Jackson Weger, zu dem Grey sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt, trotz aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht sicher ist, denn Jackson hat ein gefährliches Geheimnis. Und Grey muss sich fragen, ob sie wirklich zufällig in den Laster ist oder ob jemand sie hergebracht hat als Köder. Wartet mal, also ich tue mal kurz mal schnell mal den Schutzumschlag um, wartet, also ohne den Schutzumschlag schaut euch das hier mal an. Das ist richtig cool. Und, ja, ich gehe mal näher ran, sonst könnt ihr es ja nicht so richtig schön genießen. Hier hinten auch nochmal. Ich gebe mal ein bisschen Nahaufnahme. Schaut euch das mal an. Ist das nicht genial? Okay, da gibt es weitere Bänder. Hier wird, ich will nicht weiterhinter schauen. Ich wollte eigentlich nur schauen, ob noch ein bisschen was anderes ist, aber es gibt noch weitere Bänder. Ja, also, wie war das nochmal mit Buch reinbinden? So, jetzt schön den Schutzumschlag wieder um das Buch reinbinden. Na ja, wohl braucht man eigentlich nicht wirklich, oder? Eventuell landet das Buch ohne den Schutzumschlag drin. Ja, aber gut. Das war das schöne Buch, aber ich finde, das ist schon cool. Ja, also Spoilerkarte. Ähm, das Buch. Absolut geil. Oh, alleine Buchschnitt. Oh, hier nochmal eine kurze Nahaufnahme. Oh, wie cool ist das denn? Das ist so. Oh, da hat sie auch noch ein Lesezeichen drin gesteckt. Okay, weiter mit Spoilerkarte. Ähm, genau. Da war ja dabei mein Buch auch immer den, den ich jetzt hier habe. Genau. Das Autogramm, was ich jetzt gesagt habe. Äh, Print zum Buch. Mein schönes Bild mit dem Brief, den ich jetzt dann später noch lesen werde. Ah, das ist aus Holz. Guck mal, man muss heute ab und zu mal auf Lesezeichen umdrehen. Oh, oh. Ja, okay. Und zwar Caraval. Ja, Caraval. Ja, die stehen auf meiner Liste, die Bücher. Ja. Und Stranger the Dreamer. Ich habe es schon gehabt. Also, diese wunderschöne Buch ist von Stranger the Dreamer inspiriert. Ähm, was ich fast schon gedacht habe, weil nämlich... Die, 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 die Motten nämlich auch auf dem... drauf. Ja. Und das ist natürlich ein Street vom Buch. Ja. Wunderbar. Dann haben wir... Ja, haben wir alles drin, was drin sein sollte. Und das war das Thema der Bücherbüchse-Buchbox von August. Ich bin so froh, dass ich sie habe, weil ich war schon die ganze Zeit überlegen, ob ich das Abo absprickele. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich kriege jetzt monatlich ihre Buchbox an, weil ich immer wieder gesehen habe, wie sie wunderschöne Bucheschnitte. Und ich... Und ihr wisst, ich bin büchersüchtig und ich brauche meine Buchboxen. Und das ist jetzt so... Ich habe sie. Ich bin... Ja. Okay, es reicht. Ähm, ja, ich weiß. Also, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Habt einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye. Bye. Bye.